Willst du mein Kind sein? Ich bin ein Frosch, Alter, warum bin ich ein Frosch? Ich bin ein Frosch. User, join your channel. Hm? Mean. Mean? Hey, die Schnur heißt gleich. Im Stream einfach hallo. Ich find's cool. Wie was? Was? Was für ein Stream? Du einfach im Stream so. User, join your channel. Ach du heilig. Hallo? Hallo? Hört man mich? Ja klar, dann ich. Ich bin das jetzt ja egal. Dicker, mach mal jemand auf deinem Reim. Ey, Flo, ich bin nicht so geil gerade. Und sonst Flo, alles cool? Natürlich. Ich grabe. Ich grabe. Ich grabe. Ach du Scheiße. Streamst du? Ja. Ja. Doch kacke. So mach's. Digga! Hast du gerade fahren lassen? Nee, Digga. Bei der Stuhl. So, mein Ikea-Stuhl. Digga! Mein Türk-Moi, ich fokal. Das war draufgehauen. Das war voll. Das war voll. Die Orkanböe. Brrrrrr. Nein. Das ist die Schmiede. Der riecht so sehr, der steht, ne? So, wie so ein Atompilz, sehr luftig. Kannst du schmecken, so. Ja. Ja. Ich kenn das aber auch. Wenn ich beim Auto sitze und furze, muss ich irgendwie immer lachen, so. Ja. Ja. Und er, und er, was ist mit dir, Lie? Ich, nix. Ja. 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 Die Nase schon, Alter. Ich weiß so hundertprozentig, dass deiner übelst am Riechen ist. Nee, Mann. Offenes Feuer und Licht ist jetzt bei dir verboten. Digga auf. Ich kann nicht mehr... Hab richtig, äh, wenn ich jetzt mal dir welche... Grrrrrr. Ich gammel hier grad so, ne? Jeder ist besser in dem Spiel als man selbst. Jeder. Jeder. Ja, komm, Thomas, Alter. Auf 20 Meter mit ner Scheiß Akimbo. Oh, hier, wie heißt der nochmal? MR6, ne? Werde ich von ihm geholt, ey. Komm mal, jetzt komm mal zu mir, Malty. Die sind Vorräte. Ja. Warte. Ey, Mann, Mann hat's doch grad gesehen, ey. Mann hat's einfach grad gesehen. 08 der KD, Alter. Und von jedem. Mann, Scheiß, Alter. Ich hab's gesehen, Malty. Ich hab's gesehen, ne? Malty wurde von Vorräten erschlagen. Digga, ich kann nicht mehr. Ich dachte, das sind unsere Vorräte, weißt du? Ne, das sind vom Gegner. Ja, hab ich auch gemerkt. Ey, sorry. Das muss ich mit reinnehmen. Scheiß, ich hab nirgends nen Tomahawk drin. Keine Ahnung was. Warte. Scheiß, glaube ich. Darf er das? Das ist gemacht. Das ist nicht gut. Digga, das ist das zweite Mal. Digga, ich habe einfach gequickscoped. Ich habe einfach geschossen. Und er kam direkt. Ich bin gequittet, dann guck ich grad, wer... Tot hat. Wum, tot. Jawoll, es ist ein Franzose. Leute, mich hat ein Franzose auf Double Nuclear geholt. Der hat mich richtig abgefasst. Ich schreib ihm gleich. Easy... Easy Snack, Bro. Digga, der kommt gar nicht mehr drauf grad. Was? Das können die ja alle eingefallen. Ja, wir haben alle immer gespackelt. Was war das? Was war das? Digga... Digga... Da stand Katastrophe, keine Ahnung. Mega absolut war das. Katastrophes, wenn du das ganze Team deiner sauber großen Körper zeigt.